Ey Bruder, 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 warte, Bruder, guck mal. Oh, was willst du? Bruder, ich hab Papier gefunden, Zauberpapier. Was ist jetzt damit? Brauchst du das oder so, das mieses Papier, ich schwöre. Nein, mein Alter, Bruder, ich brauch das ehrlich nicht. Sag Wallah. Also kann ich das Blatt haben? Ja, kannst du. Aber sag Wallah, du brauchst das nicht. Junge Wallah, ich brauch das doch nicht, Mann, was los? Salam Aleikum. Bruder Wallah, sag Wallah. Wallah, ich brauch das nicht.